Ich habe keine Ahnung, wo es angeht. Es ist so weit, Portalmeister. Alles abgefeuert. In Ordnung, die Skylander bin hier. Komm, jetzt geht's der Riesenschauer. Die Drachenseger, ein echter Skylander. Ich kann es gar nicht glauben. Vorsicht! Mein Schiff, das war mein Lieblingstück. Jetzt drücke Angriffe, um das Wack zu räumen. Hey, Skylander, wärst du wohl so gut das ganze kaputte Zeug von einem Schiff runter zu wegen? Oh nein, das ist die grüne Luftbarzone. Wir müssen sie aussenobrieren. Schau, sie. Sie eröffnet das Feuer. Schau, sie ist von meinem Schiff. So knapp, so knapp. Runter, runter. Schau, sie ist von einem Schiff. Ah! 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 Nicht ohne Schiff an Backbord. Oder Steuerbord. Von da. Wir wurden geändert. Gleich geschafft. Nur noch ein bisschen. Weg von meinem Schiff, ihr gelben Karchegeister. Komm schon, halten durch, eine Städtchen. Da, ich sehe schon den Ausgang. Gleich geschafft. Ah, hier spricht der Käpt'n. Wir sind... da. Drachenfedern, bist du okay? Ich hab noch nie so einen Absturz gesehen. Ich weiß, beeindruckend war's. Eigentlich war's ein streng geheimes, unglaublich komplexes Manöver. Zum Glück bin ich der beste Pilot in den Skylands. Captain Flynn steht's zu gestern. Kablähm. Wie bitte, Miss, äh... Tessa! Ich bin Tessa. Genau bist du das. Also, was ist dein Problem, Tessa? Mein Dorf wurde angegriffen, genau vor den Vulkanfeuerlichkeiten. Es ist nicht weit, komm schon, ich zeig's dir. Hey, hey, cool bleiben, Missy. Ich gehe nirgends hin ohne mein Chef. Ein guter Captain tut das nie. Hey Skylander, hier drüben. Ja, jeder Kleinigkeit hilft. Ach, ich kann nicht glauben, dass ich mit einem richtigen Skylander spreche. Wow. Okay, jetzt nur nicht die Nerven verlieren, Tessa. Hör zu, wir müssen so schnell wie möglich nach Holzhausen. Die Griebels, die uns angegriffen haben, machen noch immer Ärger. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Ich sagte doch, ich werde mein Schiff nicht verlassen. Sieh dir das alte Weg doch nur an. Das wird nie wieder werden. Jetzt sorge wenigstens dafür, dass ihr Opfer sich gelohnt hat. Keine Sorge, ich lasse es in die Stadt schleppen. Geh du vor, Skylander. Folge einfach dem Weg. Er führt dich direkt nach Holzhausen. alt startet. Hallo. Drücke Sprung, um über Hinternisse zu sprechen. In dieser Zone sind Skylander des Bärgebäns stärker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kämmen wir sicher aus dem Käppigenhaus. Diesen Drachen besiegt keiner. Danke, dass du uns gerettet hast, Skyländer. Ja. Ja. Nicht aus. Geboren für den Kampf. Ja. 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 Los geht's! Los geht's! Ach, Waldstadt Holzwein. Besatz die Biserzones ins Kalender des Wasserelements stärker. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leise, aber tödlich. Wo? Ich schleiche einfach. In dieser Zone sind Skyländer des Wehens elements stärker. Zum Glück ist ein Skyländer vor Ort. Meine drei Schafe sind abgehauen und haben sich in Staffelweiden verfahren. Ich trau mich nicht durch diese Dieseln durch. Wäre echt nett von dir, wenn du die Schafe für mich befreist. Oh nein, ein Skyländer! Mit ihm ins Visier Griebus! Halte die Skyländer davon ab, unsere Likabissen zu klauen! Ich bin auf den Wehens des Manischen Tests, wenn du SERIOUS machst, meine Likabissen schiebt. Kein und Nervös hat ihn sont mit ihm probiert. Deutscher Leise, der in den Alltag ist, ist, dass wir das neue Lippen stechern, ein Schafe sind. Ich bin auf die Schafe. Ich bin auf die Schafe, und habe alles, diese Lippen stechern zu lassen. Meine Lippen stechern. Ja, ich wollte doch nicht flinzeln. Wow, danke Skyländer. Hier ist eine Kleinigkeit, um deinen Kopf warm zu halten. Auf dem Weg nach Holzhausen. In dieser Zone sind Skyländer des Freieidemings stärker. In dieser Zone sind Skyländer des Freieidemings stärker. Du bist auch stark, Skyländer. Du kannst die Blöcke einfach wegschieben. Die Blöcke sind so hart, so sehr geschaut. Und hier sind ja sehr glücklich, hier sind immer die Blöcke. Das war's für heute. Ein netter Versuch. Ein stiller Erfolg. Dix, der Mohlkind, sagte, dass der Ausbruch des Wolkenbruchbergs zu den spektakulärsten Ereignissen in den Skylands zählt. Außerdem spekulierte er, dass man erblinden könnte, wenn man ihn so lange anstarrt. Nicht zuvor gesehen. Das ist eine Swapzone. Wenn die Beine eines Swap for Skylanders zum Symbol passen, so wie hier, erhalten sie eine super Ladung. Das ist ein Raketensymbol. Die Herausforderung ist also für einen Skylander mit Raketenkraft. Zeig's ihnen, Skylander. Ich hab sie gesehen. 8,5, Start, Halt 2.